Sehr geehrte Damen und Herren, die Kommunalisierung der Schulreinigung ist das richtige Instrument, um alle Fehler im System zu beheben. Wir können faire Löhne zahlen mit tariflicher Bindung. Wir können die Arbeitszeiten familienfreundlicher regeln. Wir können unbefristete Arbeitsverhältnisse anbieten. Wir können die Zusammenarbeit in den Schulen mit Reinigungskräften, Hausmeistern, Schülerinnen und dem pädagogischen Personal verbessern. Und natürlich können wir mit der Kommunalisierung der Schulreinigung endlich saubere Schule haben. Das ist echte Wertschätzung. Das ist echte Wertschätzung.